Das Leute, was geht? Ich bin's wieder, euer Kevin, ich am Spiegelig. Und heute müssen wir einen neuen Livestream. Und so, heute zocken wir mal wieder eine normale Runde. Und wir gehen, jetzt sagen wir euch, die Pilz-Tower. Und hauen dann wieder ab. Zwischen mal Nacht, wie ich leben kann. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, nein! Alles läuft! Schön! Hat mir gesagt, dass ich alles hab's nicht gesagt, dass ich alles hab's nicht gesagt, dass ich alles komm komm ja, lieb ok nein ich hab's nicht mehr ich hab's nicht mehr Ich glaube, wir können auch Gehen nicht Da unten Schon der Erste Da unten ist Da unten ist Da unten sind wir Hier sind wir Hier sind wir Ich habe es nicht in der Luft Komm doch raus. Oh Mann. Kommt er von oben, Mann. So was retten wir schon wieder nicht auf. Ja, ich wollte gerade halt reagieren und ihn abballern, aber... Oh, das ist so schön. Geil, die Spitzhacke. Jetzt. Die Du Du. Äh, und... Was machen? Also... Gucken, Töte Towers... Ah, ich weiß nicht. Äh, ich würde sagen... Wir spielen jetzt... Wir haben uns dahinter jetzt... Ja, wir spielen... Und wir schauen... Wir spielen... Oh, doch. Noch nicht. Wie heißt das? Das ist eine geile Stadt und würde nicht frei, oder? Wenn er nach Hause kommt, hat er das leichter, dass er einen anderen nicht bestellt. Scheiße, ich weiß nicht, ob er nach Hause kommt. Ja, klar. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher. Oh, nein. Oh, nein. Sorry, Leute, den Quetz. Ich denke... Hä, warum spielt der gerade hier? Ich bin nicht sicher. Nein, ich bin nicht sicher. Nein, ich bin nicht sicher. Sorry, Leute, den Quetz. Ich bin nicht sicher. Ähm, wundert euch nicht. Ich spiele mit einer neuen Empfindlichkeit. Ja, wir müssen auch. Die Kosten gibt, da können wir nicht selectenöylete ich mich. Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht sicher可以. Ich habe die gekстращ pretzen gefangen. Ja. Oh. Dann haben wir schon. Ich muss noch nicht aufpassen, oder? Ich muss noch nicht aufpassen. Hier im Haus, Marius, welche Häuser nehmen. Marius. Wer hier jemand gelandet hätte, hätte ich mir Glück geworfen. Ich glaube, wir haben noch nicht mehr in den Angriffen. Oh, jetzt bleibe ich nicht. Ne. Ah, warte einen Moment. Ne, gibt es noch nicht von. Oder? Ich bin ja nicht passiert. Bei diesem Haus. Okay. Ich werde jetzt noch mal auf den Eindruck verhandeln. Lass mir den noch tief mal gucken. Und jetzt fällt jemand gelandet. Ja, da unten. Da unten. Da hinten. Da hinten. Ah, äh, die Pfeifen. Ich glaube, der eine hat den anderen mit ihm. Ja. Da hinten kommt. Ja. Ich hab ihn auch nicht. Ah, ich weiß nicht. Ich hab ihn nicht. Boah. Ist er noch da? Guck mal, ich gucke nach hinten und mach dir noch. Das ist perfekt blau. Ich muss noch gar nicht erkommen gehen. Über den Tipp. Immer rumspingen. Sollte. Jetzt ist das gut. Das kann ich nicht auf der Szene sehen. Jetzt kommt ein Riesen-Bereich. Ich kann das noch nicht auf der Ebube sehen. Ich habe das noch nicht auf der Ebube. Oh, das ist nicht so gut. Oh, da gibt's irgendwo Stress? Ich hab's nicht genau gesagt. Ich hab's nicht genau gesagt. Ich hab's nicht scheiße Scheibe hält. Ich glaub, es kam irgendwie von vorne. Von hinten. Ja. Der Sammler ist nicht mehr von vorne. Oh, Mann. Mist. Kommt nicht richtig. Aber warum macht er 50 Damage? Äh, 15 Damage, ganz ehrlich. Auf Headshot, 15 Damage. Sollte. 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 Ähm. Ich muss kurz hier. Sollte. Mein Freund. Einen Laden. Wenn ich zackle. In. Auf jeden Fall. Boah, sorry Leute. Falls ihr das übel lautet. Sollte ich ja jetzt immer noch auf Fernsehen. Jetzt könnt ihr ja kein Song mehr richtig hören. Äh. Weil. Äh. Ich muss. Hier. Could of Parking. Okay. Und zwei Spieler machen. Okay. Parking. So Leute. Den. Den kennt ihr schon. Das ist der Georg. Gucken wir mal hier. Äh. Ist er ja. Ich weiß nicht, ob er jetzt Fortnite zocken kommt. Ich hoffe es. Äh. Da steht gerade FIFA 18. Das. Die sind dann hier ziemlich geil. Aber ich hätte mir gedacht. Ich weiß nicht, ob es geht. Guten Tag. Hallo. 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 Georg. Bisschen tut der gerade so seine Kopfhörer. Sorry Leute. Ah ja, ich geb euch ein Tipp. Wenn ihr manchmal so ... Holz braucht neun oder so was wenn ihr ein ganz bisschen braucht dann geht auf jeden Fall gut solche Sachen. Verschlag die einfach, da bekommst du auch mal Holz. Wow. Ja kommt fortnite. Ja kommt fortnite. Tritt hier. Fortalum in der Mitte. Flieger. Flieger. Ah ist der Katschie. Hier sind wir hier. Sag wenn es geladen wird. Und stell dich bitte vor. Genau. Genau. Weil geübe viele Leute sind nicht im Livestream dabei, aber guck uns nach. Habe ich geguckt. Weil guck ich hatte im Stream zwei Likes und dann nach dem Stream halt habe ich aufgehört, dann habe ich wieder auf meinen Stream angeguckt. Auf einmal hatte ich fünf Likes. Was sag wenn du drin bist. Warum warst du wie für 18? Ah stimmt du hast ja online ich nicht. Oh nein. Oh blaue Stimme. Ja. Das ist ja nicht mal krank. Ja sag! Sag wenn du drin bist dann fürlässch dich. Und? Hä? Leute hier ist noch ne Puhel. Hä ich weiß nicht wo die ist. Entschuldigung, ich will erst eine Truhe zu nehmen. Lass! Eine versteckte Truhe hinter einer Wand! Ah nein, es ist hier. Entschuldigung. Ja, hier ist jemand. Der Schock kommt wahrscheinlich. Ja, der Schock kommt. Nein, egal. Los, komm jetzt. So, Leute. Ja, ich bin, ich bin tot. Ich komm doch gerade zu dir. Guck mal in der Maul. Äh. Ich verstöre dich. Hä, du bist, du bist... Mach mal bereit. Gruppe, kommt hier nicht. Lol, jetzt war ich nicht bereit. Ich glaube... Loll, was ist das? Ich bin letztlich. Ich holer nur viel, ich kann. Ja, mehr fliegt mich. Ich bin... Endlich hat's aufgehört. Du bist nicht. Du hast aber keinen Jager. ... ... ... ... ... ... ... Das war klar. Ich hasse alles. So, nur mein Schwein. ... ... Äh, ich darf doch nicht kurz... ... ... ... ... ... oh man war mal so null dis, aber okay hast du schon eine Runde gespielt? ja okay, dann war es tiltet dann musst du dich ein bisschen aufwärmen Spaß, lass dir hin lass nächste Runde tiltet, wenn du aufgewärmt bist weil ich bin, ich bin auch noch nicht so, ich bin auch noch nicht so ready aber auch erst zwei Runden, drei Runden, glaube ich und beide bin ich direkt gestorben ich bin beide Male direkt, direkt, direkt gestorben lo, wo gehst du? ich geh hier hin gehst du ins große Haus? dann bist du bitte Digga, lass mal gleich treffen, wenn du Waffe hast Halt's Maul oh ich dachte gerade, ich habe eine kleine Waffe Digga bitte, bitte ja klar, meine erste Waffe ist Sniper ja warte, das ist aber die automatische Digga, ich darf jetzt nicht sterben die hat einen Sniper die hat einen Sniper die hat einen Sniper die hat einen Sniper ja, Roboiver, okay, passt Roboiver trifft zwar gar keinen Schuss, aber egal oh ja, oh ja, ist mir das gut geschmeckt ich liebe blaue Piste ich will beide jetzt ey, ich wollte wo ist das jemand? Junge ja, die haben, pass auf, die haben Schnellschutz du bist dauernd ey, warte, der kommt von hier lol oh, ich dachte gerade, ich bin nicht finischt ey, pass auf, der kommt hinter dir der finischt mich oder? nein der hat die blaue Pistole mitgenommen der ist da, der ist da, der ist da hol ihn dir hol ihn hol ihn der nimmt die blaue Pistole hier, hol mich hol mich hol mich ja, da hinten, da hinten egal, guck auf die hol mich ja, was soll ich machen? ich bin auch so langsam aufgestanden, da wollte ich den gerade abschießen und dann ging es nicht ja, aber lass mal gucken eigentlich haben wir ja gesagt, hinten tauerst aber ja, lass mal Digga, warte ich markiere jetzt und du kommst mit mir und du kommst mit mir ja komm, du kommst ja nicht hier äh, wohnen irgendwie ja komm, lass nicht drüber nach hier oder? oder? und dann lass dir das zu laufen und dann lass dir das zu laufen zwei Zuschauer am Start also ein Zuschauer jetzt also ein Zuschauer jetzt ok, nice auf jeden Fall, sehr geil Der schreibt nicht! Er schreibt einfach nicht! Au! Ich find's eh so wieder oder so. Ja, ist klar. Lass zusammen Haus gehen, okay? Lunu Juku. Lunu Juku. Okay, nice. Moin. Das geht. Loll, vier Zuschauer. Ich bin's. Ja, ich kenn dich schon. Du bist von PS4. Ja, ich konnte auch nicht mehr raus. Ey, Digga, aber das ist mein Haus. Verpiss dich. Verpiss dich. C4. Wow. Halt die Schnauze. Ich geh jetzt ins Haus. Da ist niemand. Nein, ich geh nach oben. Ich geh beides. Junge, ich hab nicht mal richtige Waffe. Hab auch YouTube-Kanal. Nice. Wenn du mich abonnierst, abonnier ich dich. Natürlich. Zurück. Ja, gib da. Drei Zuschauer jetzt am Stissel. Und er hat geschrieben, hab 15 Abos. Ja, ich hab acht oder zehn oder sowas. Keine Ahnung. Ich geh nach oben. Verpiss dich. Chill dich, meine Shotgun. Meine Shotgun. Alle meine Paaren. Junge, wenn du Bock hast. Natürlich. Kannst du mitzocken. Wenn du Bock hast. Hab schon. Okay, nice. Ich abonnier dich auch. Nach dem Stream. Ich glaub, der endet eh erst um 18 Uhr. Egal. Ich vergesse es safe nicht. Ich abonnier dich. Hast 10 oder 11. Ja, um die sowas. Ist egal. Hauptsache, ich kann Leute unterhalten. Wenn irgendwann langweilig ist. Mir geht's nicht um Fame oder sowas. Äh, hast 11 Abos. Ja, kann sein. Wenn du Bock hast, antworte mir. Wenn du Bock hast, kannst du mitzocken. Wenn du keinen Bock hast, dann schreib einfach, nee, gerade keine Lust oder sowas. Gucken wir gerade von PS4. Würde mich auch interessieren. Schild dich. Lass mich erstmal kurz den Schild nehmen. Schild nehmen. Was ist deine Schnauze für Schild? Los. Los. Finischen die? Junge, was machst du da vorne? Digga, warte. 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 Ich hab doch auch geschaut. Warte. Ich tu gerade ein Inventary. Sortieren. Okay. Er ist am Handy. Da ist einer. Wo ist er? Ah, da. Hey, die sehen mich nicht. Nein. Hä? Lol, hä? Hä? Wie viel hat der geschluckt? Warte, wie viel HP hat der? 15 HP? 15 HP? Ja, klar. Der ist 15 HP. Braucht ihr nen Pro? Nee, brauchen wir nicht. Wir sind Pros. Nee, kein Bock. Ich guck auf PS4 und schreib am Handy. Weiß. Ich kapier's nicht. Braucht ihr nen Pro? Nee, wir sind Pros auf jeden Fall. Aber wenn du Bock hast, kannst du natürlich mitmachen. Nee, Georg. Ähm, ich bin auch sehr gut. Ja, wenn du Bock hast, hab ich schon gesagt. Kannst du mitmachen. Ja, warte, ich lad den gleich ein. Aber lass mal diese Runde kurz machen. Jetzt lass mal dahin, wo ich markiert hab gefunden. Oh, ich spiel Double Pump jetzt. Ich weiß. Äh, hierhin gehen wir. Hier hab ich mal goldener Rocket Launcher gefunden. Ich komm nach eurer Runde. Hab letzte Runde 6 Kids gemacht. Geil, ähm, mein Freund, also Georg, also Georg, ähm, der hat neun Kids gemacht, äh, letztens. Ich hab keinen Bock dahin. Ja, ähm, ähm, Georg ist auch sehr gut, natürlich. Aber ich bin natürlich besser. Spaß, er ist besser. Er ist besser, aber ich bin auch sehr gut, gell, Georg? Geh mal weg mit deinem Pleasant Park, Juni. Ich will da hin. Wenn du jetzt gar findest, ich fick dein Arschloch. Entschuldigung. Soll man denn anderen hören? Ja, soll man. Hört man ihn nicht? Warte, ey, sag mal kurz, sag mal kurz leise, Junge. Warte, hört man ihn nicht? Hört man ihn nicht? Dich? Ja, dich, äh, weil, äh, der schreibt gerade, ähm, soll man den anderen hören. Der heißt auf jeden Fall Georg. Doch. Äh, äh, und ja, man sollte hier dann salzen. Ja. Muss nicht sein. Vielleicht hab ich auch meine Einstellungen falsch. Da muss ich mich aber gleich beschützen. Doch, doch, vielleicht hab ich auch Einstellungen. Weil das war beim anderen YouTube auch mal. So. Oh, nice. Grünes Sturmgewehr. Ich hab ein Big Schildi für dich. Äh, soll man, wenn ja, dann muss der in der Party Stimme zulassen machen. Ach so. Ey, du musst in der Party gehen. Muss ich das machen oder er? Nein, Junge. Lass, lass, lass ihn schon reden. Warte. Ich lese es gleich. Warte, ich muss gerade nur gucken. Warte, wo bist du gelandet, Georg? Ja, da, hier. Ähm, in der Party Einstellungen. Ja. Ah, du musst in die Party gehen. Party Einstellungen und dann Stimme zulassen machen, okay? Ah, der ist schlau. Danke, gell. Korrekt. Hast du Stimme zulassen gemacht? Ey, hier ist eine grüne Shotgun für dich, falls du brauchst. Ja, okay. Ich hab das hier nur die Party. Ich spiel, ich spiel Double Shotgun. Ey, hier ist ein 50er Schild. Ey, lass mich den nehmen, lass mich den nehmen. Ja, dann gönne ich mir 100 Schild. Dann sind die du. Äh, jetzt hört man den. Okay, jetzt hört der dich. Jetzt, jetzt alles gut. Ja, okay, ist besser. Ich spiel mit Inventar. Hier. Ja, 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 ja. Digga, hast du schon eine Truhe? Äh, nee. Ich hatte eine. Ja, hier ist noch ein Shotgun. Wahrscheinlich bin ich in der Scham. Ich mach YouTube seit drei Monaten. Ja, ich mach YouTube, glaub ich, gerade schon zwei, drei Wochen oder so. Irgendwie sowas. Nicht lange auf jeden Fall. Ja. Ey. Hä? Leute, da steht Push auf der Mülltonne. Es gibt bei so einem YouTuber, äh, da, äh, keine Ahnung, Ruin Reserve oder so heißt der. Der, ähm, der hat, ähm, gezeigt, so eine Mülltonne, ist, äh, steht in Fortnite PUBG drauf. Komisch, gell? Naja. Ja. Aber ich kapier' nicht, warum die das so was machen. Die hast'n doch Papi. Die hast'n doch Papi. Die hast'n gar nicht. Boah, dürfen sie nicht, Alter. Bist du, äh, ich wollte fragen, bist du aktiv? Du hattest schon eine Truhe, du Homo. Was? Ah, da, äh, ja, eine, aber. Wie hoch und da hab' ich mehr Stunden, wir bekommen Grau. Wow. Entweder ist bei mir jemand, oder du bist es. Der heißt Ruin, Ruin Wiese. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Geld, auf der, äh, die auf der Mülltonne steht doch PUBG. Wo? Ich hab' nicht dich gefragt, Mann. Boah, hast du jetzt geboren, denn? Entschuldigung, angenommen. Dann geh' ich weg. Dieser, warte, ich weiß nicht, wo eine Truhe ist. Komm mit. Die Götter und die beiden. Ja. Komm mit euch, boah ihr Wein ab. Ich hab' nichts. Korrekt. Es sind drei, es sind drei am Start. Es gucken mir drei zu, aber einer schreibt sich, steht, und die anderen alle nicht. Geil. Alle anderen inaktiv, oder was das? Nein, die schreiben nur nicht. Die Götter, wie viel Holz hast du denn? Warte, ich glaub' jemand hat auf mich geschossen. Äh. Oh, ich wär' fast hinbekommen. Oh, ey, ich nehm' Verbände mit. Auf jeden Fall hab' ich jetzt schon. Ey, lass mich mitnehmen. Ich hab' zehn. Also, fünf. Dann geb' ich das Ding an deine gleich fünf Nummer. Ne, dann gönn' du dir die zehn, oder? Doch, doch, dann hast du fünfzehn. Dann hast du fünfzehn. Warte. Tipp bei Handy. Anarchie gibt man am meisten Lamas. Ja, ich weiß. Anarchie gibt es am meisten Lamas. Ich weiß es, aber, ähm. Nee. Gerade irgendwie kein Bock auf Anarchie. Wir gehen nächste Runde auf jeden Fall Anarchie, glaub' ich, oder? Wo bist du? Ah, du bist direkt hier. Verbände! Lamas sind Meeres selten. Was? Meeres selten. Junge, gib doch jetzt Verbände! Warte, warte, warte. Das ist eine geile Watte. Hier. Tschüss. Mega blöde Autokorrektur. Komm mal. Ja, mach. Ich schwöre. Ich hasse die auch. Bei YouTubern, ich will einfach was schreiben. Und, äh, diese Autokorrektur ist so eine Schlampe. Komm mal her. Okay. Lass dich mit mir. Komm, geh her. Tschüss. Tschüss. Oh. Ja, dann wird es mit mir. Warte, 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 warte. Nee, wir gehen nicht mit mir. Was? Warte, was? Das war's, was? Das war's, was? Das war's. Was? Das war's, was? Das war's, was? Ich hab's, was? Wenn der Kreis hier ist, dann bleibe ich hier. Und sich ja noch nicht einfach hinzugehen. Hm, wenn der Kreis hier ist, dann gehen wir wieder zurück. Ich bin ja da, wo wir vorhin waren. Ja. The Bones signs in the base oder so. Mein Ames WTF. Mein Ames. Auf diesem Fernsehen auf jeden Fall auch sehr schlecht. Auf jeden Fall sag ich dir auf meinen normalen Fernseh. Also, ich zock gerade im Wohnzimmer. Normalerweise hab ich aber früher immer mein Zimmer gezockt, weißt? Äh, aber dadurch, dass ich Verbot hab eigentlich Playstation und Fernsehen, hab ich mir den Schlüssel von meiner Mutter versteckt. Guck mich nicht weit von dem Zimmer, wo das ist, und dann einfach zocken. Auf dem Fernsehen halt hier. Oh man, die Fernseh ist zwei Meter halt. Die zwei Meter breit ist zwei Meter hier. Ja, dieses Aim auf riesen Fernsehen hast du. Ja. Das ist, das ist irgendeine Vorführrichtern. Ja, komm jetzt. Äh, die anderen sollen mal schreiben. Ja, würde ich auch sagen, schreibt mal. Leute. Warte, warte, ich guck mal kurz, wer noch alles da ist. Hä, immer noch zwei. Du bist auf jeden Fall am Stissel. Und noch irgendwie. Noch 21 Gegner. Nein, noch 19 Gegner. 19 Gegner. Eigentlich nicht, also 1 bis 17. Wir zählen uns nicht dazu. Äh, lol, jetzt sind doch einer 19, lol. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wir fahren weiter. Du bist da. Ja, nein, schockt dann und paar. Noch einmal zu 17 Gegner. Eigentlich ist es richtig gut, wenn man das spielen kann. Ja, ich kann es. Ich kann es. Also, einigermaßen. Ich spiele so mehr mit der Schottgang, aber danach. wenn er ist dann pack ich meine stadt ja eigentlich muss so dinge mit panker erstmal raus schießen damit schock ganz verschissen und mit panker bekommt er dann richtig schaden okay warte dann tue ich dann tue ich pankern zuerst das ist immer noch bei uns geht und die kinder nicht bleiben da lasst sie drin kämpfen oder ihr zählt dazu ja lass auf den berg ja ich weiß dass wir spielen wir zählen dazu sagt ähm sagt er aber das stimmt halt echt aber ähm weil das ist voll ungewöhnlich manche Leute schon so lange wir zählen uns halt nie weil es macht halt kaum niemand und wenn wir uns nicht dazu zählen weil wir killen uns ja nicht gegenseitig oder sondern ist eigentlich auf dem fußballplatz ist eine kleine base bauen die holen ich mache ich mache ich so darf ich schieße ich spiele ich spiele mit den füßen oh man das meter wir lassen so ein kerl lassen so ein ding kämpfen hier so noch ein ball ja ich habe schon wenn ich jemanden wenn sich welche auf dem dach bauen wenn ich welche auf dem dach bauen ja ich habe dinge auch 135 ich habe richtig viel holz habe gleich danke vielen dank für dein leid aber ich sag jetzt mal meine war also die wahrheit ich bin ich bin ich so leid geil ich stehe eher so auf abo bau noch nicht ganz ab bis zu beendet ich mag ich mag mehr wenn Leute mich abonnieren anstatt zu liken weil ich kapiere nicht genau was der sinn ist von liken deshalb brauche ich kein like komm jetzt lass doch auf dem dach gehen ich habe zwei fallen wieder passen was suchst du kann platzieren das ist meine frage ich suche auch was sucht der 찾ing Junge macht es doch nicht Junge jetzt bau es hoch ich hab keinen bock zu bauen warte 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 Achso, grüne Pamp, ey, da bauen sich welche hoch. Ja, 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 die kämpfen. Nicht schießen, nicht schießen. Ja, lass von mir auf den Berg, lass von mir auf den Berg bei mir. Guck hier, lass uns hochbauen, so ein bisschen. Ja, okay, tschuldig, der darf mich nicht sehen. Ey, der ist auch auf dem Berg, pass auf, der ist auch auf dem Berg. Aber wenn ich auf dem, wo ich bin, oder? Doch, pass auf, aber der war alleine, der war alleine. Der ist nicht hier. Doch. Der ist nicht hier. Lass du und. Wunder, der ist nicht hier. Ich bin gleich wieder da. Ja, okay, gönn dir. Dann kannst du mal herkommen. Ja, ich komme gerade. Wir werden zugang geschossen, leider. Aber war nicht stimmt. Ich kann mich nur, wohin sind abgeschossen. Junge. Digga, warum? Was, wenn jetzt? Das war ein schwarzer Ritter, glaube ich. In der Tee. Oh, no. Ach, geil. Sieben Leute. Von unserer zweiten Runde zusammen. Wo ist der hier? Das ist auf jeden Fall geil. Der ist nicht hier, ich sag's dir. Doch, der war hier. Das ist ein Warn, oder? Das ist echt? Ja, die schießen. Ja, ja, guck. Ja. Er kommt unten. Bei mir ist voll verbuggt. Bei mir ist voll verbuggt. Bei mir ist voll verbuggt Tilted Towers. Ich bin mir nicht. Doch, bei mir ist voll verbuggt Tilted. Guck mal. Sieht aus wie so eine Kinderwelt. Wie viel Metall hast du? Zwei. Insgesamt. Sorry, ich kann den nicht mehr geben. Da liegt's. Okay. Hallo, hier. Okay. Oh mein Gott. Ja, ich weiß noch, wo die sind. Die sind von mir von links. Oder wurde gerade was kaputt gemacht von mir. Okay, wir müssen. Wir müssen. Kreis. Wir sind nicht ganz im Kreis. Stimmt. Der hat direkt den Drop. Pass auf, dass du mich schneidest, oder? Ich werde angeschockt. Ja, komm. Wir sind nach unten, wenn die zu kommen. Schnell, 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 schnell. Junge, ich kampf, ich komm nicht so schnell. Junge! Oh Mann, was ist das? Oh, Big Show, die wenigstens für mich. Oder für dich, warte, für dich, lieber für dich. Nein. Und du? Ach, doch, doch. Warte, ich hab mir nicht zu tränken noch. Ach, dann, nimm zwei. Nimm, nimm, nimm. Was sollen wir mit Medikip machen? Mitnehmen. Ich hab 15. Warte, ich nimm mit, ich nimm mit. Nimm. Okay. Von hinten. Ich seh. Nein! Kevin! Digger, ich hab den Gericht gehittet. Finischt der? Ja, komm mal. Der, der, der finischt nicht, der finischt nicht. Aber der, der, der hat hochgebrochen. Ich glaub, der ist nicht so gut. Aber guck, was der, was der macht, ist nicht so dumm. Wer ist der? Der finischt, der finischt. Ich hab nicht, der finischt. Lol. Lol, wie konnte der finischen? Ja, keine Ahnung, wird mich irgendeinmal abgeschossen. Und ich hab tot. Leider. Ich hör dir nicht aus, hör dir nicht aus, was du machst. Ja, mach ich gerade. Ah, noch mehr, die geht. Ja, hol dir mal eine Sache bei der Sachen. Ja. Mit Material und so. Ey. Du musst auch gleich wiederkreisen. Natürlich. Ich hab 999, ich denk alles. Oh, gegen zwei Team, gegen zwei Teams musst du. Bro, bei mir wurde sogar wieder zurückgebackt. Ja, warte, mir schreit die ganze Zeit. Bei mir ist mega verbuggt. Everything you're all for back. Oh, was ist das? Und der ist Jumped oben. Nein, ist der nicht. Da ist keiner mehr. Cool, die ist verbuggt dann jetzt. Falle, der ist Falle, der ist Falle. Wo? Genau vor dir, wenn du weiterläust. Ach so, da. Bei mir ist so hart verbuggt. Pass auf, vier Gegner, drei Gegner. Drei Gegner, vier Gegner, vier Gegner, genau. Ja, vier, vier, zwei, zertien. Oh, da hinten sind die. Ah, ich seh die sogar. Ich seh die, ich weiß, wo die sind. Von wo soll ich gehen? Warte, witzig, wie lange, ne? Du musst Jumped benutzen. Oh, das ist die Schnelle. Nein, muss ich nicht. Doch, guck, das ist ein Gegner. Das ist ein Gegner. Siehst du das, äh, die Base? Ja. Ich hab gerade eben gesehen, dass der gebaut wurde. Du musst schnell machen, sonst wenn die sehen, die schießt dann ab. Bäh, los. Ja, ich kann nicht so schnell Jumped platzieren. Oh, die sind da auf dem Berg, auf dem Berg, auf dem Berg. Ich schaue sie auf dem Berg. Naja. Aber du musst versuchen, irgendwie hochzukommen. Glaub ich. Ah, drei, zwei, zwei, ein Team. Liegt noch. Und Dinger, ein alleine. Ich glaub, das ist der, der auf dem Berg ist. Ja, gell. Ja, da war er ein Ding. Ja, da war einer. Ja, der ist einer. Ja, ja. Es ist der, der alleine geht. Warte, ich guck mal, nee. 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 Er macht kaputt, er macht kaputt, er macht kaputt. Er hat sie schon gesehen. Oh, warte. Du hast auch kein Wenigschild dran gemacht. Ja. Schreck. Was ist das richtige Wenigschild dran? Und wie muss das machen? Kommt der runter? Glaub. Glaub. Ja, ich weiß nicht. Nein, nee, nee. Der Traitor, der Traitor. Nee, nee, nee. Der ist oben. Ja. Der ist ein bisschen runtergekommen. Ja. Warte, der kommt, der kommt. Der kommt, der kommt. Safe. Lade deine Waffen nach. Dann guck der, wie kommt. Warte, ich lass die fighten. Bis dann nur einer lebt. Ja. Oder bis die Beine richtig los sind, die anderen. Dann kannst du die easy holen. Hoffentlich. Ich glaub, sie sind alle besser als ich. Ich glaub, sie sind alle besser als ich. Ich versteck mich mal. Ja. Sag mir, ich bin gestorben wegen dieser Austro-Maut. Warte, ich muss. Digga, diese Astronaut war so schlecht. Na, leider habe ich bin gestorben trotzdem. Oh, Mann, die Hitze gegeben. Mein Schild war weg. Ich hatte 50 Schild dran. Ein ganzes Leben. Die war One-Champel. Nein. Zwei Leute. Eins gegen eins, Kevin. Eins gegen eins. Null. Jawohl. Ich glaub aber nicht, dass es der da oben ist. Der ist ein Lootjob. Soll ich's öffnen? Ich brauch's gar. Ich brauch's gar. Ja, lohnt sich, glaub ich. Ich brauch's gar. Ja, lohnt sich, glaub ich. Ja, natürlich. Digga, bleibt doch schön. Würdest du nicht den YouTube aufmachen. Ich hab einen. Kreis ist kleiner. Der ist safe auf dem Berg. Ey, safe. Du. 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 Äh? Der hat die Folungen gesnipet. Wie hat... Das ist so klar, Alter. Ey, das ist sogar... Das war sogar der, der... Der... Ja, das war sogar der, der runterkommen wollte. Digga, der hat ja so wenig reden. Ich hab's gedacht, der die... Als ob der die gefinisht hätte. Mein Team. Ey, Lolo, jetzt kannst du auf jeden Fall kommen, wenn du Bock hast. Ja, komm. So knapp, ja. Mega knapp. Richtig scheiße. So, ey. Es sind drei online, aber nur einer hält die ganze Zeit. Ich hab ja nicht mehr verstanden. Ey, bitte, komm Lolo, Yoko. Kann ich jetzt kommen? Ich hab das offen. Na, lo, wie lang willst du noch laden? Bei mir ladet's gerade. So lang. Wo ist denn jetzt wieder zur Lobby? Ich glaub, internetprobleme, ey. Uäh! Wir gucken noch zwei Leute. Ey, wir gerade kamen Bingo. Was? War das? Nee, das war's nicht. Boah, ich dachte, Karin, die kamen. Es geht's nicht. Nein, das kommt gleich. Das läuft doch alles. Jetzt noch einer. Ich guck mal kurz, ob der online ist. Ja, er ist online. Schilde ich, ich lag ihn ein. Ja, mach ich gerade. Hey, was ist denn so knapp? Ey, was ist denn so knapp? Ey, ich muss... Ey, ich muss... Ich muss Fortnite kurz beenden. Ich guck mal kurz. scène. Ich glaube, ich war es nicht so knapp. Es wird mir nicht so knapp. Ich muss nicht so knapp. Ich könnte mich hier nicht. Ich glaube, ich kann mich ganz bei dir nicht. Oha, lasst mich! Eigentlich nicht so knapp. Vielen Dank.